Ach dang Leute! Ich werde noch irgendwo... Ne reingehen kann er nicht mehr. Müssen wir hier den... Ja, ich bin ziemlich sicher, dass du nicht mit mir sprachst. Alles, was du von deinem Bruder würdest, Bruder? Ich kann dir sagen, dass ich nicht überrascht bin. Also, du kennst dich, wo du mich findest hast. Und für den Rekord... Ich habe bereits gedacht, dass du ein Griech bist. Athena? Ja, das ist ein Griech. Was? Hey! Eurekafe und Magik! Sweet Nana's nethers. Was sind diese? Ich habe nie gesehen. Das muss eine Familie sein. Nein. Nor wird es niemals sein. Ich habe auch einen Griech. Ich habe auch einen Griech. Ich habe auch einen Griech. Ich weiß aus Qualität. Und sie? Sie sind speziell. Ich habe einen Griech. Sie sind ein Griech. Nein. Was ist passiert? Äsir? Nein. Die Verrschung ist meine. Und meine Verantwortung, um es richtig zu machen zu machen. Wie Brock so guckt, so sehr verwertet sich. Ah. Äsir. Was kann ich tun, um ihn zu helfen? Ich kann Dinge tun. Und wenn ich mich überlegen würde? Nein. Aber wir sind hier. Brock ist mit dabei. Sie ist am Boden. Okay. Also, woher sind Sie in so einer Hürde? Der Raum des Todes. Hellheim? Scheiße. Das ist ernst. Ich werde mich auf Sie behalten. Klingelnknopf. Griffe der Vergessenen. Flamme. Was? Oh. Was? Ich kann die für die Dings benutzen? Bonusaktivierung Show auf Aura des Feuers. Bei jedem erfolgreichen Treffer, was Stärke erhöht und eine kleine Menge. Oh. Dang. Chaos Klingen. Okay. Chaos Flamme. Oh, Runen. Okay. Okay. Ah. Okay. Achso. Das sind die Sachen, die er herstellen kann. Ähm. Klingelnknopf. Ja, gut. Dann mache ich Griffe der Vergessenen. Flamme. Damn. Legendär. Den hätte ich ja auch gleich ausrüsten sollen. Berserker Auferstehungsstein. Äh. Oh. Rage. Einfach Gesundheit. Mastelheim. Auge der Kraft. Werte erhöht und rassisten Wandschaden gewährt. Werte erhöht und rassisten Wandschaden gewährt. Werte erhöht und rassisten Wandschaden gewährt. Werte erhöht. Der Schatten. Ah, Tahmos Atem. Okay. Das sind die Sachen, die ich ihm verkauft habe. Feuerwappen. Oh ja. Stay here. Ah, okay, es bleibt trotzdem ausgerüstet, ausgerüstet in der Fall. Okay. Was? Ah. Äh, genau. Hölzerner Klingelgriffe. Oberhölzerne Holzgriffe. Yeah. Oh, ich hab da noch keine Runen für. Okay. Das mach ich erstmal. Was kann er damit? Riff in schneller Folge aus ohne Schaden zu nehmen und die Karte aufbeladen. Oh. Oh. So beim Zieren meinen Starken rundum. Okay. Ah, okay, da kann er die quasi werfen. Dann, ne? Dann nutzt er dann die Kette. Schaut anstürmen. Meinst du, der Tegere muss ja einen Angriff auszufüllen? Okay. Dank. Dank. Das ist so gut. Das wird richtig gut werden, ich sag's euch. Oh. Ja, Mann. Hellheim. It's so caught there. Only a dead can live. Hahaha. Uh. Ich weiß nicht mal warum das das griechische Omega Zeichen ist, aber... Don't go over the bridge of the Dimm. Das Licht ist aber auch schon so, ne? Die türkise Licht. Das. Siehtest? Ich behalte das. Ich warte immer dem, dann zu den Ber executive. S steel. Oh. Oh. Okay. Ja. Oh. Oh. Oh, no. Oh, Annual. Oh. Oh. Das ist die Brücke, die du sprachst? Nein, wir sind noch in der Realme-Travel-Bridge. Wir sind nach der Brücke der Verdammten. Die Todes benutzen ihn, um ihn zu ihrem permanenten Haus zu kommen, die Stadt Helheim. Der Brückekeeper, der mit der Mission ist, ist derjenige, den wir wollen. Nur folgt diesen Brücke. Das sollte uns direkt zu ihm führen. Ich hoffe wirklich, dass ich diesen Ort nicht wieder sehen werde. Da ist er schon mal. Oh, okay. Damn. Nehmen wir, wusste er natürlich alles schon. Oh. Äh, ein Sprintergeruch der Gegner mit einem brennenden Schild ramt und leichten Brandschaden. Oh. Oh, okay. ich dachte man kann das gar nicht abbrennen eigentlich nur mother told me Oh mein Gott, oh nein 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 This is all wrong, only the newly dead should beat the others too many The gate must be closed, and if the gate's closed then it's true, hell's full up Without the Valkyrie to sort and kill them, hell is overwhelmed I can't use the text yet, I can't use the original text I can't use the text yet hat noch andern irgendwie so also ich bin mit dem norwegisch nicht so gut wir haben irgendwann kommt noch wikin nun was ist mit den dingern eigentlich aber wir greifen ihn jetzt alle sein hat gratis mit ich habe alle drüben ist auch noch ein holz ich bin mein holz ich bin mein holz gestrubt bei dagegen war nicht lang weil ich will jetzt mal darunter was für geheimnisse holy moly denge denge übrigens für die leute sich fragen warum ich denken und nicht dem sagt was bedeutet eigentlich dasselbe dabei ist es wahrscheinlich dass wieder hier okay und das andere fm und es verbindet gerade mit dem chat obwohl ich nicht leistin ja 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.